Hi, ich bin Marti Fischer und das hier ist mein letztes Video. In diesem Raum reingefallen. Ich werde diesen Schuhkarton eines Studios verlassen und in ein anderes Studio umziehen. Beziehungsweise noch ist es einfach nur irgendein Raum. Aber es wird zu meinem viel geileren, größeren Studio werden. Und jetzt nehme ich euch mal ganz kurz mit. Moment, ich bin aber ganz schön nah dran. Warte mal. So, die Reise dauert nicht lange. Wir steigen auch in kein Auto. Und wir sind da. Geil, ne? Dabei werde ich unterstützt von einem nicht unwichtigen Partner. Sogar von einem sehr, sehr wichtigen Partner. Nämlich von Megaport, MSI und Nvidia. Moment mal, das sind drei. Drei. Ich möchte nämlich endlich streamen und das geht nur mit einem dafür ausgerüsteten Rechner. Er ist so wunderschön. Aber er zählt es niemandem. In diesem Zimmer habe ich jetzt, äh, wie viele Jahre eigentlich? Weiß nicht, wir können ja mal mitzählen. Und was ich alles hier gemacht habe, was hier alles passiert ist, das sehen wir nun in einem kleinen Schnelldurchlauf, wie wir beim Fernsehen sagen. Und obendrein habe ich einen Büroraum. Ja, wie ihr schon hört, der Raumhall ist toll. Hey, Onkel Ska, weißt du was? Ich weiß, dass mir Reggie zu langsam ist. Die Zukunft! Die Zukunft! Change a wolf to a cute little dog More than an emotion That's the power of love Harder than carbon Dance like steam Stronger and tougher than your wildest dream Make sense as happy Make dark as bright Power of love Taking care of you tonight And it's never about what you are Never about having the greatest car So damn heavy Takes you to the ground My eternal life around It's the power of love So schön war die Zeit Doch jetzt ist es Zeit für einen kleinen Tapetenwechsel Pünktlich zum Umzug gibt es etwas für mich Mein Team und dich Ja richtig Du kannst eins nicen PC vom Megaport her abtasten Dazu gleich mehr Das ist der neue Schnittrechner Wir haben hier ein Mainboard von MSI Ein AMD Ryzen 7 Prozessor Die MSI GeForce RTX 3070 Grafikkarte 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher Und be quiet Kühlung Und hier ist sein Zwilling Der hat einen simplen, aber sehr wichtigen Zweck Er wird mein Streaming Rechner für 2023 Bisschen jammen, neue Sachen ausprobieren Oder einfach zusammen geile Sounds basteln Danke an Megaport MSI und Nvidia für die Unterstützung Und jetzt zurück ins Studio Fragt sich nur Welches? Was ist hier passiert? Ist hier jemand verblutet? Hat hier ein Elefant-Durchfall gehabt? Wir wissen es nicht Und da hinten ist noch eine andere Überraschung Hier hat jemand aus Wut oder Verzweiflung den Türrahmen ein bisschen mit touchiert Darum müssen wir uns jetzt mal kümmern Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas geht Ich weiß nur Dass wir einen Satz brauchen Und damit das Ganze schön dynamisch wird Mach ich mal ein bisschen muh Sieg dazu Untertitelung im Auftrag des Wut Man kann jetzt nicht einfach nur so irgendwie einen Teil dieses Türrahmens nachkaufen. Nein, man muss einen ganz kompletten Türrahmen kaufen. Jetzt tatsächlich die unzubremsende Mission, einfach dieses kleine Puzzlestück nur nachzubauen und dann da einzusetzen. Ich brauche jetzt eigentlich nur Handschuhe. Ich reiße mir voll die Pfoten auf. Ich höre schon diese ganzen selbsternannten Experten. Was machst du? Dinge kaputt, das mache ich. 30. Die Schrauben raus. Das kommt jetzt an einen sicheren Ort. Freunde, ey. Und mit der Magie des Schnittes habe ich jetzt hier ein perfekt, naja, also ein abgetrenntes Teil, was genau da reinpasst. Und jetzt das Einzige, was ich noch machen muss, ist hier den ganzen Apparello einmal rauszustechbeitalisieren. Wird, glaube ich, ein bisschen laut. Ich glaube, ich mache mal die Tür zu. Drölf Stunden später. Und nun kann ich sie schließen. Mission accomplished. Und dann habe ich versucht, diesen Teppich eben mit diesem Reinigungsgerät zu reinigen, aber hat so mittelfunktioniert. Zugegeben, den ganzen Teppich reinigen zu wollen, ist vielleicht ein bisschen überambitioniert und deswegen haben wir gleich einen neuen verlegt. Die Nvidia Studio Systeme sind PCs für alle Kreativen und solche, die es noch werden wollen. Sie sind einfach installiert und kompatibel mit einer großen Liste an Creative Apps wie Blender, Photoshop und so weiter. Die Power von Nvidia RTX erlaubt Raytracing und Videobearbeitung mit maximaler Auflösung. Nvidia Studio bietet außerdem tolle eigene Programme wie Nvidia Canvas. Eine geniale AI, mit der es möglich ist zu malen wie ein dreijähriges Kind und hinterher sieht es einfach aus wie eine Landschaft. Unfassbar. Und Nvidia Broadcast. Eine wunderbare Audio-AI, mit der sich verkackte Aufnahmen wie diese plötzlich anhören wie aus dem Profi-Studio. Wahnsinn! Und jetzt zum Rechner. Und hier ist er! Klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung, um diesen super PC zu gewinnen. Da drin befindet sich das MPG Z690 Mainboard von MSI, ein Intel Core i9 Prozessor, die Nvidia GeForce RTX 4080 Grafikkarte, 64 GB DDR5 Arbeitsspeicher und eine NZXT Wasserkühlung. Das hier gibt's dazu, die MSI GK50 Elite und die MSI Clutch GM30. Ein absolutes Powerhouse. Es gibt wenige Dinge, die dieser Rechner nicht kann. Der Link in der Videobeschreibung leitet dich auf eine selbsterklärende GIT-Gewinnspielseite weiter, die dich durch die Schritte der Gewinnspielteilnahme führt. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel findest du natürlich in der Videobeschreibung, sowie Links zu Shops unserer Partner, wenn du gerade einen freshen, leistungsstarken Rechner brauchst. Ich bedanke mich nochmal aufs Herzlichste bei Megaport MSI und Nvidia. Willst du sehen, wie es mit dem Studio weitergeht? Ich auch! Und deswegen abonnier den Channel, like das Video und schreib in die Kommentare, was du denkst, wie es weitergeht. Ob da noch mehr Instrumente hinzukommen? Bis dahin!